Sura 97 Al-Qadr, die Bestimmung Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Wahrlich, wir haben ihn, den Koran, herabgesandt in der Nacht von Al-Qadr. Und was lehrt dich wissen, was die Nacht von Al-Qadr ist? Die Nacht von Al-Qadr ist besser als tausend Monate. In ihr steigen die Engel und Gabriel herab mit der Erlaubnis ihres Herrn zu jeglichem Geheiß. Frieden ist sie bis zum Anbruch des Frühlichts.